Musik Mitten im Hochsommer, während Deutschland von einer Hitzewelle nach der anderen überrollt wurde, machte Frank Fuchs, Inhaber von Fuchs, das Kampfsporthaus seinen Mitgliedern ein ganz besonderes, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Von nun an dürfen alle Kampfsportverrückten der Region mit dem Nightfighter von Zvartek trainieren. Der Hochleistungskörper-Kopf-Trainingsanzug ist insbesondere für das Schlagkrafttraining in verschiedenen Kampfsport- und Selbstverteidigungsdisziplinen konzipiert. Aber auch drittisch steckt der Schutzanzug problemlos weg. Der Anzug ermöglicht Kampfübungen unter reellen Bedingungen und passt sich dadurch nahtlos in das bestehende Equipment bei Fuchs ein. Die übende Person kann Schläge mit voller Krafteinwirkung einleiten, während der Trainingspartner so weit beweglich bleibt, dass sich problemlos gewährt werden kann. Darüber hinaus ist das Training eine perfekte Kraftausdauerübung, um die letzten überflüssigen Pfunde für die Sommermonate zu verlieren. Komm, du gehst noch mehr, komm, 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 komm. Achtung, ich drehe mich. Was machen wir hier ein bisschen anders als in anderen Kampfsportstudios? Wir investieren in unsere Mitglieder, wir investieren in unser Gym. Somit haben wir die größtmöglichen Fortschritte für unsere Mitglieder. Das heißt, effektiv hart trainieren. Keine Pseudotechnik, sondern immer sehr effektiv am Mann oder an der Frau. Wie viel hast du jetzt investiert seit der Fibo? Also seit April ca. 8000 Euro an Equipment für die Mitglieder. Bei weit über 100 Kampfkursen im Monat ist der Nightfighter die passende Ergänzung und kommt sicherlich häufig zum Einsatz. Wer sich mit ihm messen möchte oder lediglich seine Schlagkraft feststellen lassen möchte, ist gern gesehener Gast im Probetraining.